Wir alle freuen uns sehr über die Nomination und zwar war es sicher eine herausfordernde Aufgabe mit einem Gebiet, in dem wir noch nie so eins zu eins daran gearbeitet haben und dass wir jetzt hier nominiert sind, freut uns ganz besonders. Wir haben für die Holzwerkspezialitäten AGER Software Einführung geplant. Und zwar haben wir einerseits geschaut, was Mitarbeiter für die Tätigkeiten ausführen, haben sie aufgenommen und haben sie dann abgeleitet in diese Tätigkeiten, wie sie aussehen müssen, wenn dann das neue System eingeführt ist. Die Hauptschwierigkeiten waren sicher, dass wir im Drehen gestanden sind und zwar haben wir einerseits Kundschaft gehabt und wir wollten zufrieden stellen, wir hatten aber Softwareunternehmung, die auch gewisse Voraussetzungen mitbringt und gewisse Anforderungen auch uns gehabt hat. Und dann noch als drittsten Coach, der auch noch seine Infos eingebracht hat und um es immer allen Bedürfnisse zu erfüllen, das war sicher eine grosse Herausforderung. Am Auftraggeber hat uns sehr beeindruckt, mit wie viel Leidenschaft, dass die Mitarbeiter mit der Materie erholzung gehen und mit wie viel Herzblatt das eben Produkt befertigt und andererseits aber auch mit wie viel Vertrauen, oder wie viel Vertrauen das sie uns als Projektgruppe gehabt haben und wie viel Zeit das sie sich für uns auch genommen haben und jederzeit für uns da gewesen sind. Wir hatten bei der Kundschaft Interviews mit einem Mitarbeiter und am Schluss des Interviews hat uns der Mitarbeiter gesagt, dass wenn er noch einmal in diesem Alter wäre wie wir, dann würde er es gleich machen, wie wir jetzt dran sind und das hat uns sehr gefreut. Applaus Vielen Dank.